Slicer sind alle gleich, oder? Hi Maker, Benni hier. Heute wollen wir herausfinden, was wichtig bei der Auswahl eines Slicers ist. Unten in der Timeline könnt ihr übrigens auch auf die verschiedenen Bereiche und Chapter skippen, um noch effektiver dieses Video zu gucken. Aber jetzt erstmal rein ins Intro. Was ist eigentlich ein Slicer? Die meisten von euch haben sicherlich schon mal einen 3D-Druck bedient. Falls nicht, ist hier ein Video von 3D-Druck von uns. Aber zurück zur Frage. Im Normalfall werden 3D-Objekte als STL- oder OBJ-Datei gespeichert. Dies sind gängige Dateiformate für 3D-Dateien. Ich probiere es am besten mal anhand eines Beispiels. Gehen wir nun also als erstes zu CGTrader und suchen hier nach einem etwas komplexeren Modell, beispielsweise einen Drache, und sortieren am besten anschließend noch nach kostenlosen... Oh, das hier sieht wie ein großartiges Modell eines asiatischen Drachens aus. Von Lalo Bravo. Download-Link wie immer unten in der Beschreibung. Runtergeladen wird ein STL-File. Habt ihr noch keinen Standard festgelegt, fragt euer PC, mit welchem Programm ihr es öffnen wollt. Bei mir sind schon verschiedene Slicer vorgeschlagen, aber wir gehen erstmal mit PAM3D rein, da diese Software mittlerweile bei Windows mitgeliefert wird. Auch für Mac und Linux gibt es solche Programme. Wie sich erkennen lässt, ist das Modell einwandfrei zu erkennen. Wie sich erkennen lässt, ist das Modell einwandfrei zu erkennen und ihr könnt sogar rein, raus, zoomen, es drehen, alles nach eurem Vorlieben. Probieren wir nun also als nächstes die Datei in einem Editor zu öffnen. Visual Studio Code ist standardmäßig nicht vertraut mit STL-Dateien. Dennoch können wir sie öffnen, innerhalb eines Texteditors. Wie sich erkennen lässt, sind es tausende von Zeilen in Code mit teilweise unbekannten Zeichen. Insgesamt beläuft sich die Anzahl nach dem Runterscrollen auf über 151.000 Zeilen. Das Interpretieren dieser Zeilen und Zeichen ist wichtig. So kann beispielsweise Visual Studio Code nicht erkennen, was da steht, aber Painter 3D oder Blender können es. Derzeit ist der Rendermodus ausgewertet, also eine Simulation des Aussehens im virtuellen Raum. Wir können unten erkennen, dass unser Modell 250.000 Vertex und über 500.000 Faces hat. Diese Informationen sind wichtig, insbesondere die Vertex. Ändern wir die Ansicht zu Viewport Shading, verändert sich die Darstellung und wir sehen das Gitternetz des Modells. Summen wir weiter rein, werden die einzelnen Flächen ersichtlich. Wechseln wir nun in den Editiermodus, können wir die einzelnen Vertex anzeigen. Um es einfacher auszudrücken, wird jeder dieser Punkte mit seinen Koordinaten und verbundenen Nachbarpunkten in der STL gespeichert. Genauso wie die sich daraus ergebenden Kanten und Flächen. Dieses Wissen ist wichtig, um einen Slicer zu verstehen. Die Aufgabe des Slicers ist es, nicht das Modell anzuzeigen, sondern es für den Druck verständlich zu machen. Deshalb muss er das Modell erkennen, also interpretieren und anschließend umwandeln, konvertieren und für den 3D-Drucker verständlich machen. Er wandelt also die Datei in die richtige Sprache für den 3D-Drucker, um da jetzt viele verschiedene Parameter gesteuert werden und diese Umwandlung ist die Aufgabe des Slicers. Also, worauf ist zu achten? Ich habe drei Slicer vorbereitet. Okay, es sind eher zwei. Cura und 3D-Printer OS. Das Besondere ist, dass wir bei Cura einmal die Version 2.3.1 als Outscored-Version haben. Diese Version erhaltet ihr, wenn wir den GitHub von Cura besuchen. Neben der aktuellen Version 4.13.1 vom 28. Januar dieses Jahres, finden wir auch hier Publisher-Infos. Jetzt können wir nach Tags oder Releases sortieren oder aber wir scrollen nach ganz unten und springen auf die letzte Seite, also Seite 5. Hier scrollen wir nochmal nach ganz unten und downloaden uns die Version 2.3.1 aus dem Jahr 2016. Ich habe mich, weil ich ein Windows-System benutze, für die Excel entschieden, weil das am einfachsten zu installieren ist. Je nach Betriebssystem muss es eventuell sein, dass ihr eine andere Version wählen könnt, aber probiert einfach aus. Ich installiere diese Version auf demselben Laufwerk wie die neueste Cura-Version, um Ladezeit und Verzögerung der Speichermedien auszuschließen. Generell habe ich mich für Cura entschieden, da dies eine der gängigsten Software ist. Wollt ihr aber mal einen großen Slicer-Vergleich haben, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und vielleicht machen wir das mal. Starten wir als erstes Cura 2.3.1. Der Ladevorgang dauert in etwa 7 Sekunden. Hat sich Cura geöffnet, sieht man auf jeden Fall, dass die Software schon ein bisschen älter ist. Rechts an der Seite können wir unseren Printer sehen. Rechts an der Seite können wir als allererstes unseren Printer sehen. Ich habe mich für den Ultimaker 3 entschieden, da dieser für die Vergleichs-Slicer überall vorhanden war. Per Drag & Drop können wir nun unsere STL-Datei einfach in den Slicer ziehen. Was auffällt ist, dass er sofort anfängt zu slicen, also sprich zu berechnen. Da mir die Datei aber ein bisschen zu klein ist und ich die Unterschiede gerne sehen würde, probiere ich ein bisschen mit dem Scaling rumzuspielen und passe alles noch ein wenig an. Die alte Cura-Version hat ein Problem damit, unser Modell richtig in den Bauraum einzufügen. Denn obwohl unser Modell komplett drin ist und auch nicht ansatzweise irgendwo überlappt, sagt uns Cura, dass es nicht richtig gesliced werden kann. Nach der Drehung des Modells und einer Anpassung auf 420% der originalen Größe ist es mir dann doch gelungen, unser Modell in den Bauraum einzufügen. Gucken wir uns nun also die Übersicht an. Im Generellen haben wir die Auswahl zwischen Recommended und Custom. Auch bei dem Info gibt es nur vier Unterschiede, die wir wählen können, zwischen Light, Dense und Solid. Für eine genaue Übersicht entscheide ich mich aber für das Custom Print Setup. Die Standard-Layer-Height ist auf 0,1 mm gesetzt. Da ich aber mehr oder weniger einen schnellen Spint nur haben möchte, wähle ich 0,3 mm aus. Auch schon die alte Cura-Version hat verschiedene Profile, die ihr auswählen könnt, um sofort loszulegen. Standardmäßig sind nur die 0,4er Düsen auf den Ultimaga aufgebaut. Diese könntet ihr aber noch in erweiterten Settings ändern. Drückt ihr nun links auf das Auge, könnt ihr von der Solid View zur Layers View gehen. Die Wall Thickness ist auf 1 mm begrenzt, genauso wie die Top Bottom Thickness. Infill Density ist bei 20%. Der Print Speed bei 70%. Insgesamt gehe ich hier gerade einfach nur die Settings durch, enable den Support, um bei allen Slicern zum Schluss dieselben Voraussetzungen zu haben. Wie man erkennen kann, ist bei jeder kleinsten Veränderung sofort wieder ein neuer Slice aufgetreten. Was vielleicht wichtig ist für die Leute unter euch mit nicht allzu leistungsstarken Rechnern, das Slicen der Modelle ist immer die anstrengendste Aufgabe für den Computer. Also dadurch, dass andauernd geslicet wird, kann es gerade bei leistungsschwächeren Maschinen dazu kommen, dass es länger dauert oder ihr andere Sachen im Hintergrund nicht mehr erledigen könnt. Slicen wir doch einfach mal das Modell. Mit den aktuellen Werten befinden wir uns bei einem Tag 3 Stunden 9 Minuten, 38,95 Meter Materiallänge und 308 Gramm Material an sich. Genauso wie in den neueren Versionen können wir uns auch die Layer angucken. Wie sich erkennen lässt, ist die Software ein wenig in die Tage gekommen. Beispielsweise ist bei sehr schnellen Bewegungen immer nur die oberste Schicht zu sehen. Was weiterhin auffällt, ist der Infill. Der Infill ist sehr gering. Dadurch, dass ich eine relativ stabile Statur haben möchte, erhöhe ich den Infill von 20% auf 50%. Das Slicen dauert diesmal fast 24 Sekunden. Und das, obwohl die gesamte Zeit schon alle anderen Settings nebenbei mit übernommen wurden und einzeln geslicet wurden. Allerdings sieht jetzt das Infill wesentlich besser aus. Der Glitch mit dem letzten Layer bleibt jedoch. Die Druckzeit beläuft sich auf einen Tag 6 Stunden und 59 Minuten bei 468 Gramm Gesamtfilament. Wechseln wir nun also zur neuesten Cure-Version, 4.13. Die neue Cure-Version lädt in unter 6 Sekunden. Also ein Stückchen schneller. Bei häufiger Benutzung kann das einen Unterschied machen. Generell lässt sich auch erkennen, dass die neue Cure-Variante wesentlich, wesentlich sauberer aussieht, dadurch, dass man auch nicht die gesamte Zeit das Menü an der rechten Seite hat wie in der alten Version. Wirkt es wesentlich benutzerfreundlicher. Genauso wie bei der vorherigen Version gehen wir auch hier wieder in die Customized Options rein. Ebenso ist es hier möglich, via Drag & Drop einfach unser Modell reinzuziehen. Damit es möglichst wenig Unterschiede gibt, habe ich den Drachen auch wieder hier auf 420% angepasst und leicht schräg gedreht. Weiterhin habe ich die Settings genauso geändert wie in der ersten Cure-Version, da wir schließlich rausfinden wollen, nicht was die besten Drucker-Settings sind, sondern was die besten Slicer sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt eben das Experiment von vorher genauso wiederholen. Einer der größten Vorteile, den wir eben haben, ist beispielsweise auch der Infill. Wir haben wesentlich mehr Infill-Options und auch generell ist die Anzahl der Optionen in der neuen Cure-Version um einiges erhöht. Ein weiterer großartiger Vorteil ist, dass nicht nebenbei die gesamte Zeit geslicet wird. Erst wenn alle Einstellungen fertig sind, kann ich auf Slicen drücken und wir starten den Slice. Gucken wir also mal, wie lange es dauert. Nach nicht einmal 14 Sekunden ist unser Slice fertig. Das entspricht einer an etwa 70% höheren Slice-Geschwindigkeit. Und wenn man das hochrechnet auf die Slices, dann kann sich das echt sehen lassen. Weiterhin beträgt die Druckzeit 1 Tag, 4 Stunden und 23 Minuten bei 454 Gramm und 57,40 Metern von dem Filament. Das Gute an der Sache ist, dadurch, dass wir jetzt auch verschiedene Architekturen haben, beziehungsweise verschiedene Optionen für das Infill, lässt sich auch hier noch ein bisschen was rausholen. Stellen wir nun beispielsweise das Infill um, können wir auch 1 Tag, 4 Stunden und 18 Minuten erreichen bei 452 Gramm. Bei 452 Gramm Filament 5 Minuten könnte man auf eine 2-Kilogramm-Rolle sagen, PimaDom 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Kommen wir nun also zum dritten und letzten Contester. 3D Printer OS 3D Printer OS ist eine Cloud-Version eines Slicers. Hier ist es ein bisschen schwieriger mit dem direkten Reindroppen, weil ihr euch erstmal vertraut machen müsst mit der Software. Ihr könnt ein kostenloses Konto anlegen, was ihr einfach mit eurem Google-Account oder Facebook-Account verknüpfen könnt. Anschließend bei Files könnt ihr aber trotzdem wieder per Drag & Drop einfach euer File reinladen. Je nach Internetverbindung kann dies mehr oder weniger dauern. Der Fairness halber inkludiere ich deshalb aber die Zeit hier auch einfach nicht. Habt ihr nun euer Modell hochgeladen, erscheint es. In den Slicer Options habt ihr verschiedenste Optionen. Je nach Browser kann es sein, dass ihr eventuell eine Warnung bekommt, aber eigentlich sollten alle neuen Browser funktionieren. Auch hier könnt ihr wieder die Infill Density, Wall Thickness und Layer Height auswählen, genauso wie ihr für verschiedene Materialien gehen könnt. Eines der größten Vorteile ist die Anzahl der Drucker, die es gibt. Auch hier wähle ich wieder den Ultimaker 3 aus. Für maximale Fairness wähle ich hier den Normal-ABS-Druck aus. Die Layer Height erhöhe ich wieder auf 0,3mm und die Wall Thickness auf 1mm, um mit den anderen Einstellungen gleich zu sein. Weiterhin könnt ihr auch auf der Seite in den Experten-Modus gehen. Dieser lässt zu, dass ihr sogar den G-Code verändern könnt. Allerdings ist hinzuzufügen, dass dieser Modus wirklich nur für Experten auf dem Fachgebiet geeignet ist. Da ihr im schlimmsten Fall damit euren Drucker schaden könntet. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass unser Modell relativ klein ist. Würde ich jetzt auf Slice drücken, dann wäre es wahrscheinlich sehr schnell fertig. Auch hier habt ihr wieder die Option, euer Modell einmal reinzuladen und anzupassen, was ich hier erstmal mache. Die Benutzeroberfläche wirkt vielleicht etwas verspielt am Anfang, aber auch hier findet man sich schnell wieder rein, wenn man kann. Eine der großartigsten Sachen an einem Online-Slicer ist es, dass ihr die Cloud-Ressourcen benutzt, gemischt mit eurem eigenen Computer. Das bedeutet, dass auch leistungsschwächere Maschinen hier einen Vorteil haben. Ist der Druck angepasst, ist das Wichtigste noch, dass ihr anschließend speichert. Ein weiteres super cooles Feature meines Erachtens für 3D-Printer OS ist die Tatsache, dass die einzelnen Steps, die ihr vorgenommen habt, separat gespeichert werden. Das bedeutet, solltet ihr einmal nicht zufrieden sein mit einem eurer Einstellungen, könnt ihr auch wieder zurückwechseln zu einer vorherigen Version. Ich wähle nun einmal die schnellste Option aus, die sich mit ABS 0.4 drucken lässt, generiere den Support und gucke mir nochmal die Travel Times und alles weitere an. Anschließend setze ich die Infill-Density noch auf 50% hoch. Layer-Hide wird auch wieder hier verändert und anschließend slicen wir. Wie bereits gesagt, ist das größte Feature daran, dass ihr nicht eure eigenen Ressourcen braucht. Sprich, ihr könnt euren PC trotzdem weiter benutzen, weil die gesamte Berechnung in der Cloud stattfindet. Den Preis, den ihr dafür zahlt, ist die Geschwindigkeit. Denn mit 30 Sekunden ist dies der langsamste Slice für allen. Wärt ihr noch in dem Fenster drin gewesen, hätte sich dieses Modell nebenbei mit aufgebaut, deswegen inkludiere ich das jetzt nicht mit in der Zeit drin. Die einzelnen Layers könnt ihr euch Stück für Stück angucken. Interessanterweise haben wir hier 416 Gramm Material auf 24 Stunden und 13 Minuten. Das bedeutet, auch wenn das Slicen an sich wesentlich länger gedauert hat als bei den anderen Druckern, haben wir hier wesentlich geringeren Materialverbrauch bei einer wesentlich geringeren Druckzeit. Ganz zum Schluss könnt ihr euch einfach euer Modell downloaden. Solltet ihr nicht zufrieden sein, wie gesagt, könnt ihr einfach wieder zurückwechseln. Ich persönlich finde deswegen 3D Printer OS als mit einer der besten Möglichkeiten, um halt eben verschiedene Slices auszuprobieren oder auch einfach verschiedene Druckoptionen abzuwägen, weil ihr so einfach auf vorherige Versionen zurückgehen könnt, ohne euch großartig darüber Gedanken machen zu müssen, wie ihr alles archiviert. Wie bereits angesprochen, sind in 3D Printer OS eure Möglichkeiten großteilig grenzenlos. Ihr könnt eigentlich alles einstellen, was ihr einstellen wollt und habt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass dies wahrscheinlich nochmal ein extra Video wert ist. Wenn ihr das sehen wollt, lasse ich mich gerne in den Kommentaren wissen. Gehen wir nun also nochmal zurück zu unseren Cure Slicern. Wie bereits angesprochen, hatte ich den Ultimaker schon hinzugefügt. Guckt man sich nun einmal die Liste der Printer an, fällt uns auf, dass die alte Version von Cure nur eine Handvoll von verschiedenen Druckern bietet. Dazu muss man gestehen, dass vor 6 Jahren auch die Auswahl wesentlich kleiner war. Allein jetzt bietet Cure schon auch eine fast genauso lange Liste wie unsere Cloud Version. Weiterhin könnt ihr natürlich auch Custom Printer hinzufügen und heutzutage auch alles online einstellen. Ein weiteres großartiges Feature meines Erachtens in 3D Printer OS ist auch die schier endlos lange Liste von 3D Druckern. Beispielsweise benutzen wir selbst viele Drucke von BCN 3D. Ich persönlich bin ein großer Fan von Open Source Projekten, weswegen ich auch der Meinung bin, dass gerade Cloud Varianten, die alle möglichen Drucker miteinander vereinen, einfach großartig sind. Zu guter Letzt bleibt mir also nur zu sagen, updatet eure Slicer. Es kann wirklich einen riesengroßen Vorteil machen, aber lest euch auch ein, weil beispielsweise für mich ist 3D Printer OS eine der besten Online Slicer oder generellen Slicer, die es gibt. Wichtig ist vor allen Dingen immer nur, dass ihr darauf aufpasst, dass wenn ihr euch Slicer downloadet, ihr der Quelle vertraut. Sprich habt einen aktuellen Virenschutz und seid euch auch wirklich sicher, dass die Seite legitim ist, von der ihr herunterladet. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Channel, aktiviert die Glocke. Ihr wisst wie es läuft. Lasst euch gut gehen. Hier kommt ihr noch zu anderen Videos und bis später. Ciao.